Wer hat noch nicht? Wer will noch? Zub, hast du schon? Marco? Ich steck mal aus hier. Was ist denn? Ja, ihr könnt nochmal machen. Was ist denn Marco denn? Also da. Oh ja, das war gut, Marco. Ja, der fährt nicht so so. Driftet nicht so doll. Event. Haben alle? Hendrik, versuchst du mal. Aber ich hab ihn noch nicht. Alle aus dem Weg da. Alle aus dem Weg. Aus dem Weg. Von Hendrik. Aus dem Weg. Los Hendrik. So parken ein, Männer. Warte mal, wo bist du denn? Bist du, Alter? Was ist denn los, Alter, jetzt? Achso, da. Da ist es los, Alter. Ich seh' dich jetzt. Aus dem Weg, Leute. Aus dem Weg. Ihr müsst aus dem Weg. Ihr müsst aus dem Weg. Die waren schon ziemlich gut. So, wie parkt ein Mann ein? Zeig mir das mal. Ja, du kannst ihn auch mal. Okay, so parkst du einen. Ja, das ist ein Auto im Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg, nicht hierhin. Aus dem Weg. Ihr könnt das Event machen. Wer das Event gewinnt, kommt wieder in der Videobeschreibung. Den hatten wir auch noch nicht. Den Titel. Könnt ihr machen, solange. Wo mir Ghost weiter zeigt, wie er einen packen tut. Ihr könnt das Event machen, Leute. Kommt, der Gewinner kommt ja in der Videobeschreibung. Denkt dran, irgendwann gewinnt man da was, wenn man so oft in der Videobeschreibung kommt. Nimm mich mal mit. Warte mal, wäre schon mal mein eigener Hubschrauber. Was nehm ich denn? Ich will einen direkten Hubschrauber, ja. Okay, ja. Einparken können hier nicht alle so gut. Aber ich kann nicht hin. Was ist der Weg? Nicht verfügbar, warum nicht verfügbar? Nimm mich mal mit. Kann ich Hubschrauber rufen, warum nicht? Warum geht das nicht? Bin auch vielleicht für später. Okay. Fahr zum Hubschrauberplatz. Okay, ein Hubschrauber kommt hinter uns. Zurück, zurück. Zurück. Der landet hinter uns. Unter der Brücke ungefähr. Dazwischen. Ne, hinter uns. Zurück, zurück, zurück. Der landet da auf der Baustelle. Jetzt. Zurück, zurück. Nein, nicht da landen. Nicht da landen. Zurück. Da, wo der andere Spieler gerade ist. Links. Links, links. Links. Nicht da, ist rechts. Da vorne ist er gelandet. Hier vorne, genau. Oder kommt noch. Das ist meiner. Ich habe schon 14 Stücke da eingesammelt. Dr. Chaos. Bei fast jedem Event machen wir hier eine Titelvergabe. Bis die wissen. Auch noch rein, oder was? Nee, du holst selber einen, oder? Ja, was ist denn jetzt? Kollege. Kurres Onkel. Willst du auch noch mit? Was ist das denn hier für eine Familie? Macht mal einer Cops weg. Einer von euch. Sammeln wir die gleich mal ein. Da muss man ja richtig reinfliegen. Oh, guck mal. Einen Punkt haben wir. Da kommen wir ziemlich weit. Oh Mann, die sind ja alle so weit weg. Wie fliegt das so durch, ey? Fuck the Chaos. Oh, und ist noch einer? Ey, heute noch. Die sind alle so weit weg. Warte, da unten ist einer. Nee, der ist gerade weg. Ach, die sind dann ganz weg. Wenn einer durchgeflogen ist. Das ist ja Mist. Achso, hallo Boss. Äh, Niklas. Ja, ähm. Wir machen gerade das Event. Ja, ein bisschen unfair. Natürlich, aber. Der Gewinner kommt in der Videobeschreibung. Bei Dr. Chaos sieht es gut aus. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Dann schaffen wir nicht mehr. So, wir machen gleich alle was gemeinsam Das schaffen wir nicht mehr Wir gehen mal zum Klamottenladen Wir holen uns alle gleich mal einen Anzug Zieht euch alle so einen Anzug an So einen Beerdigungsanzug Ja, machen wir auch noch Naja Okay, Kleidungsgeschäft da vorne So Aussteigen, Kleidungsgeschäft, Anzug anziehen Hallo, Teddy Oh Nicht schlagen, nicht schlagen Nicht schlagen Anzug anziehen Vielleicht bei der Frau holen, ja Hallo Frau, wie geht's Ihnen? Ja, natürlich Die muss ja immer gut gehen Die ist ja total in Sicherheit Aber wenn jemand sie umbringt Dann, naja Halleluja Was nennen wir denn? Willkommen zu San Andreas Das ist immer gut Einen schwarzen Anzug Krawatte Ja, mit Krawatte hier Ja, machen wir mit Krawatte In Schwarz bitte Alle anziehen Einen Anzug in Schwarz Macht keinen Scheiß hier So, das war's Mein lieber Zuschauer Schön, dass du eingeschaltet hast Jeden Tag kommen zwei GTA Online Einen Freunden raus Am Stück Einmal auf der PS3 Und einmal auf der PS4 Und Freitag das News Video Was wir am Wochenende machen Und was für Projekte ich demnächst starte Wenn du dabei sein möchtest Dann schau in der Videobeschreibung vorbei Da ist ein Link zu das Inforegel Video Wie die Regeln sind Und wie die Crew Kleidung Und das Crew Auto ist Und schau auch mal in der Kanalbeschreibung vorbei Da steht das Programm der Woche drin Was wir jeden Tag hochladen Oder was ich demnächst für Projekte starte Wenn du noch mehr sehen möchtest Dann schau in der Playliste vorbei Da habe ich eine ganze Menge für dich Werde jetzt auch Frag den Dead Pictures machen Schreib Hashtag Frag den Dead Pictures Zusammengeschrieben Da kannst du mir jede Frage stellen Und sei kreativ Ich werde sie in einem Video Was ich demnächst hochlade Beantworten Und wenn du Ideen hast Dann schreib Hashtag Ideen Da kannst du mir Deine Ideen schreiben Wenn du Rollenspiele hast Oder auch andere Sachen Wenn du mich unterstützen willst Dann kannst du es gerne tun Das würde mich sehr freuen So das war's Danke dass du eingeklickt hast Bis zum nächsten Mal Tschau mein Lieber Ja boh Boi Boi Boi